Wohnung ist geil, ne? Background ist cool, oder? What is love? Hast du in DE auch noch eine Wohnung? Playbutton it in, man. Yes, sir. Baby, don't hurt me. Pssssh. Schweiz it in, man. Die Wohnung kostet ungefähr... Ich muss aber sagen, ich vermisse die Justine auf jeden Fall schon ein bisschen, so. Unterschätzt es nicht, ja? Ich bin wirklich von Herzen dankbar für jeden einzelnen Support. Wie ist die Situation in Mexiko wegen Corona? Dann werde ich erst, glaube ich, richtig krass merken, was diese Zeit auch mit mir gemacht hat, so. Guck mal, ich zeig euch mal. Vielleicht kann ich euch das mehr kurz zeigen, Digga. Seht ihr das da hinten? Shakebodygirl aus Rio Sie weiß, ich will keine Beziehung Aber sie fehlt meine Vision Babygirl, komm mal von mir Du bist viel zu nice zu mir Warum gibt's nicht zwei von dir? What is love? Baby, don't hurt me Don't hurt me No more Live it in, man. Ich muss jetzt mal eine Story machen, dass wir live sind, Freunde. Oh shit, Freunde. Am Mic Wir sind wieder live Dabei ist alles Wald, dabei ist alles Kommt vorbei Klickt einmal Hier drauf Skrrr Was geht, was geht, was läuft So, wie sieht's aus mit der Bitrate? Wie sieht's aus mit der Qualität, meine lieben Freunde? Sind wir drin? Haben wir Hänger drin? Hört man mich vernünftig? Sieht man mich vernünftig? Ist alles okay? Okay Lass mich das mal wissen, kurz Gut sehen, man Alles top Alles locker Stark Hast du in DE auch noch eine Wohnung? Nein 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 Ich hab nur eine Wohnung hier jetzt gerade In Deutschland ist mein aktueller Wohnsitz bei meiner Mami Ja, also ich hab da alle Also ich hab keine eigene Wohnung mehr Ich muss mal kurz was zu trinken Digga, ich bin einfach wieder nervös, Bro Ist voll komisch, wieder vor der Kamera zu sitzen hier Kennt ihr das so? Kennt ihr wahrscheinlich nicht, ne? Ich war schon so lange nicht mehr live Irgendwie hab ich jetzt gerade so ein bisschen struggle Der Bruder ist schüchtern, Digga MG Mado hat 2 Euro dagelassen Ich küsse dein Herz, Bro Faust auf die Realness, man Leon Abi, grüß mal bitte Navid aus Kiel, danke dir Navid aus Kiel Schöne Grüße gehen raus Aus Mexiko, Playa del Carmen, Motherfucker Ich hoffe, dir geht's gut, Diggi So Lange ist es her, ne? Wie lange waren wir jetzt nicht mehr live? Ist schon ein paar Tage her, ne? Könnt ihr jetzt aus Prinzip, weil ich am struggle bin Einfach mal einen Daumen nach oben dalassen, bitte? Mir ein bisschen Confidence zu geben Oh shit Cem Gurkan hat 5 Schweizer Franken dagelassen Mal wieder ein Schweizer am Start, Bro Schweizerin, man Beste Ich muss euch auch bald mal wieder besuchen kommen in der Schweiz Daumen ist da Kommentar ist da Bam Bam ist da Geil Wohnung ist geil, ne? Background ist cool, oder? Ist besser, oder, Digga? Guck mal, ich hab sogar da meinen YouTube Warte mal Ich kann das gar nicht selber sehen Ich hab sogar hier meinen YouTube Playbutton hingestellt Da Seht ihr den? Playbutton it in, man I like that, Motherfucker Yes, sir Also, Vibes sind auf jeden Fall nice hier in der Wohnung Es gibt natürlich wieder ein paar Sachen, die einem auf den Senkel gehen Zum Beispiel, dass genau da gegenüber ein Pool ist Da chillen immer Leute Und die können halt genau hier reingucken Also, ich muss hier die Jalousien runter machen Ich hab meinen Tisch jetzt ein bisschen nach links gerückt So, dass die mir nicht mehr auf die Balls gucken können Aber ich bin halt auch ein Typ, der gerne mal nackig durch die Wohnung läuft Aber das juckt mich auch nicht Ich zieh's trotzdem weiter durch Haben die halt schön was zu gucken drüben Nein, Spaß Also, ich lass die linke Seite immer unten Die rechte Seite ist so halb offen Damit ich Licht hier habe Was aber richtig geil ist Wenn ich mich so drehe So Und nach da gucke Dann seh ich einfach das Meer, Bro Ich seh einfach das Meer Und das ist natürlich Killer Also, es hat alles seine Vor- und Nachteile Viele Leute haben auch in die Kommentare geschrieben Beim letzten Videoblog Was die Wohnung hier kostet Und die Wohnung kostet ungefähr 800 Euro 830 sind es glaube ich genau Also, 20.000 mexikanische Pesos Und das ist definitiv ein Preis So Also, für Mexiko ist es definitiv ein hoher Preis Aber Den bezahlst du halt vor allen Dingen auch wegen dem Rooftop Du hast da einen fetten Pool mit Meeresblick Du hast Dann auch keine Wie sagt man Ich musste kein Deposit hinterlegen Also, für mich Nur mal kurz das zusammenzufassen Für mich war halt wichtig Erstmal aus der Wohnung da rauszukommen Und zwar nicht wegen Justine Sondern einfach wegen den Gegebenheiten Ich konnte in dem Bett nicht schlafen Ich konnte es mit der Lautstärke nicht aushalten Und ich musste einfach da weg Damit ich mich selber wieder wohlfühle Damit ich wieder schlafen kann Und damit ich irgendwie mein Leben so Revue passieren lassen kann Und so Ich kann das halt schlecht Wenn ich nicht runterkommen kann So Ich brauche mindestens mal so ein, zwei, drei Stunden Am Tag, wo ich Ruhe habe Alleine bin Und mir meine Gedanken machen kann Und das war halt da nicht der Fall gewesen Und deswegen habe ich mich halt schnell um eine andere Unterkunft gekümmert Und diese Unterkunft hier hat halt den Vorteil Das war die einzige Unterkunft von denen Die ich mir alle rausgesucht habe Und ich habe zwei, drei Wochen nach Wohnungen geguckt Das war die einzige Unterkunft Wo ich kein Deposit hinterlegen musste Also keine Kaution hinterlegen musste Und ich monatlich auch raus kann Bei den meisten Wohnungen hier Überall eigentlich In Playa del Carmen, Tulum und auch in Cancun Ist es so, dass du halt Mindestens ein halbes Jahr Meistens sogar einen Jahresvertrag abschließen musst Und das ist für mich halt eine Sache Die ist zu viel Also ich will nicht nochmal einen Halbjahresvertrag Oder einen Jahresvertrag hier abschließen Weil mein Ziel ist es auch nicht in Mexiko zu bleiben Die, die mich verfolgt haben Ihr wisst es ja Ich will unbedingt nach Miami Ich will unbedingt in die Staaten Und deswegen war es für mich halt Nicht möglich ein halbes Jahr Bis Jahresvertrag zu unterschreiben Weil ich könnte das zwar machen Und dann trotzdem mich verpissen Aber dann habe ich wieder Den Deposit wieder im Arsch quasi So weißt du Den muss ich dann Also muss ich einmal Miete doppelt bezahlen Nur weil ich so einen langen Vertrag halt habe Und das ist halt geil hier bei der Wohnung Und yes Also wir schauen mal weiter Ich kann hier, wie gesagt Ich kann hier so lange bleiben wie ich möchte Und ich kann jeden Monat einfach ganz normal verlängern Und zahle dann denselben Shit nochmal Und ja man Digga Deswegen wohne ich jetzt gerade hier Ich muss aber sagen Ich vermisse die Justine auf jeden Fall schon ein bisschen so Weil es war halt irgendwie geil Jemanden da zu haben Mit dem man halt auch spontan Sachen machen kann Jetzt unabhängig von Arbeiten Also Vlogs machen Oder Livestreams mit ihr zusammen zu machen Sondern auch halt einfach so Ey lass uns mal an den Beach gehen Oder ich gehe jetzt an den Beach Wenn du Bock hast komm später nach So das war halt oft der Fall Und dann hat man halt eine Bezugsperson gehabt so Das ist was Was jetzt erstmal wieder natürlich anders ist Vor allem weil ich bin im Playa del Carmen Und hier kenne ich kaum Leute Ich war ja vorher in Tulum Da kenne ich schon ein paar Leute Aber hier im Playa kenne ich halt kaum Leute Deswegen fühlt man sich wieder ein bisschen alleine so Aber ja Schauen wir mal Justine hat auch gemeint Die kommt öfter mal hier vorbei Gucken wir mal wie es weitergeht Und ich habe ja euch auch als Community Die mir weiter folgen Und mit denen ich reden kann hier im Livestream Und das ist auf jeden Fall auch Eine nice Sache Yes Ich muss auch mal schauen mit den Vlogs und so Das war halt auch geil Wenn jemand da war Der nicht mal filmen konnte Oder mit dem man mal was machen konnte Den man einbauen kann Dann ist das alles ein bisschen lockerer Smoother so Weißt wie ich meine So wenn ich alleine bin Habe ich immer so ein bisschen Hemmungen Dann bin ich nicht ganz so self confident Und bin nicht ganz so Okay ich gehe jetzt einfach raus Und filme jetzt einfach irgendwelche Leute Ja Schauen wir mal Wie viel Kilometer ist Cancun entfernt Bro Die Kilometerzahl kann ich dir gar nicht genau sagen Ich weiß dass es auf jeden Fall eine Stunde ist Ja eine Stunde ist es entfernt Es ist nicht so weit Also Wie gesagt Wir werden in Zukunft definitiv auch weiterhin Sachen zusammen machen So Sie feiert Playa auch brutal So ne Sie feiert Playa auch brutal Und Deswegen hat sie auch gesagt Sie wird öfter hier her kommen Sie wird öfter am Start sein Wir können immer noch weiterhin Vlogs machen Wir können immer noch weiterhin irgendwie Kann ich sie mal einladen zu einem Livestream Das ist halt cool so Ich muss sagen Ich habe sie auch echt schon ins Herz geschlossen So Ich finde einfach Ist ein Ist ein Ist ein sehr guter Mensch Der mir auch sehr gute Vibes gibt so Ne Definitiv Das hat man nicht oft im Leben Weißt du Ich habe in meinem Leben echt nicht oft Leute getroffen Mit denen ich halt so einen richtig guten Vibe habe Killer Vibe habe So Weißt du Egal was ich mache Ob wir jetzt Oh shit Egal ob wir jetzt einen Videoblog drehen Oder ob sie beim Live dabei ist Oder so Guten Vibe gehabt so Ja Ich habe auch schon Ja egal Meine weiteren Pläne werde ich euch dann Werde ich euch dann erzählen Wenn es so weit ist Ich bin auch der Meinung Dass ich manchmal halt auch einfach zu vorschnell Sachen auch in die Öffentlichkeit raushaue Ich muss da auch ein bisschen erstmal für mich entschließen was ich mache oder was ich nicht mache So Weil ich habe auch keinen Bock dann die ganze Zeit von den Leuten so Ey bro du wolltest doch das und du wolltest doch dies und wolltest du nicht dahin Und warum bist du da wie flu ist gerade Ne aber Wisst ihr was ich meine so Ich habe jetzt schon auch wieder mit den Gedanken gespielt Eventuell nochmal wieder wo alles Ich bin halt hier extrem flexibel gerade in der Wohnung Und ich kann jetzt Ich habe jetzt einen Monat Zeit Und wenn es nicht klappt Dann kann ich nächsten Monat Ich kann mir jetzt wieder Auch eine günstigere Unterkunft reinziehen Ich könnte auch eventuell wieder nach Cancun gehen Ich könnte wieder nach Tulum gehen Ich bin da Aber ich mache mich da locker Weißt du wie ich meine Ich bin halt so ein Typ Der sich da Was das angeht Bro ich kann auch achtmal umziehen In zwei Monaten So das juckt mich eigentlich nicht Weißt du wie ich meine Ich muss einfach Ich muss halt einfach Finanziell vor allen Dingen gucken Weil die Wohnung hier Die könnte ein bisschen teurer werden auf Dauer Ich kann es mir gerade leisten Weil ich halt auch den Hustle krass angestoßen habe Ich habe zwei Videos die Woche rausgehauen Wie ich es angekündigt habe Auf dem zweiten Kanal gab es jeden Tag ein Video Außer jetzt halt in der Umzugsphase Und ich muss halt trotzdem schauen Ich will halt Money safen So dass ich halt irgendwie in die Staaten rüber kann Wir bleiben einfach weiter gespannt Dabei ist alles Weil dabei ist alles Summer Suedan Hat fünf Euro da gelassen Ich küsse dein Herz Danke für den Support Skrrr Oberkörperfreie denn man Psss Gib mir die Oberkörperfreie Vibes man Einmal für Sinek oder was Ja Skrrr Leon bester Mann Bleib wie du bist Und zieh weiter durch Gönne den man Tefek Danke für die 10 Euro Bro Ich küsse dein Herz Danke für den Support Wirklich Also das ist Ich bin immer echt extrem dankbar So ich schwör auf alles Das ist auch kein Fake Gelaber Oder es ist kein Fake Aufgesetztes Ding oder so Wenn einer mir Geld spendet Dicker Und sagt so ey Ich will den Bruder supporten Und ich lass dir ein paar Vibes da Digga dann ist das wirklich was Was direkt in mein Herz reingeht Unterschätzt es nicht Ja ich bin wirklich von Herzen dankbar Für jeden einzelnen Support So und ich werd's auch nicht vergessen Gerade die Leute Die jetzt hier in den Streams Geld gespendet haben Geld spenden werden In Zukunft so Ich weiß warum ihr das macht Und ich weiß dass ihr mich unterstützen wollt Ich weiß dass ihr wollt Dass es weiter geht Ich weiß dass ihr Liebe für mich am Start habt Und das werde ich für immer In meinem Herzen abspeichern so So ich bin halt so ein Typ Egal wer mir was Gutes tut Das werde ich für immer In meinem Herzen drin haben Und das werde ich auch nie wieder vergessen so Guck mal ich zeig euch mal Vielleicht kann ich euch das Mal kurz zeigen Digga Mit der Kamera kann man ja so rum Moves machen Seht ihr das da hinten Wie ist die Situation in Mexiko Wegen Corona Ähm Das einzige was du hier hast Ist eigentlich Maskenpflicht bro Ja Also du musst halt in den Läden Wenn du einkaufen gehst Musst du halt eine Maske tragen In manchen Gebäuden Musst du auch eine Maske tragen Also zum Beispiel das Hotel gegenüber Da sehe ich die Leute mit Maske Sogar an dem Pool laufen Ich glaube die müssen immer Wenn die laufen Eine Maske anziehen Und wenn die halt Irgendwo chillen Dann nicht Ansonsten Clubs sind auf Partys gehen ab Beach ist alles ganz normal Also du hast nicht wirklich Einschränkungen So Ne Mit Impfung zum Beispiel Habe ich bis jetzt noch gar nichts gehört Null Keine Ahnung Oder Was da abgeht Ob da hier irgendwelche Aber Ich sag mal so Ihr müsst natürlich wissen Dass die hier halt Vom Tourismus auch leben Und wenn die jetzt Irgendwelche Sachen hier Krass einschränken würden Mit Impfung Oder mit 3G 2G Irgendwie so eine Sachen Die es in Deutschland gibt Dann würde der Tourismus hier auch kaputt gehen Weißt du Ich habe vorhin einen Bruder im Gym getroffen Aus Kanada Ursprünglich aus Jamaika Aber der lebt jetzt in Kanada Und Ja es gibt halt Arsch viele Leute Die einfach hier hinkommen Wegen den verschiedenen Restriktionen In deren Land So weißt du Und deswegen Das kommt den Mexikanern Und dem Business hier Auf jeden Fall zugute So Scheint beste Entscheidung gewesen zu sein Weg aus Deutschland Nach Mexiko Siehst fresh aus Ich küsse dein Herz Danke für den Support Bro Und Ja Für mich war das auf jeden Fall Eine krasse Lebensentscheidung Und ich realisiere das manchmal Auch selber noch so So Also Es kommt bei mir manchmal selber noch Immer wieder so hoch Weißt du Weil es ist natürlich auch Ein verrücktes Leben Es ist ein Es ist ein crazy life So einfach In einer anderen Welt zu leben Quasi so Weißt du Einfach Ja manchmal Realisiert man Ey Bro Du bist einfach Zwölf Stunden weit weg Von Deutschland Du bist Du bist quasi Am Arsch der Welt Von Deutschland aus gesehen Du kriegst auch kaum noch Sachen mit in Deutschland Und Ja manchmal Flasht mich das selber So denke ich mir so Boah krass Digga Was geht Und Ich bin mir halt auch sicher Dass diese ganze Reise Und dieses ganze Was ich hier erlebt habe Und was für Menschen ich getroffen habe Was für Storys ich mir reingezogen habe Was ich alles gemacht habe Auch Musik Videotechnisch Bruder Das wird Also das ist Das wird mich glaube ich Im Nachhinein noch viel mehr prägen So Was heißt im Nachhinein Wenn ich dann irgendwann vielleicht Da angekommen bin Wo ich sein will Dann Werde ich merken Dann werde ich erst glaube ich Richtig krass merken Was diese Zeit auch mit mir gemacht hat So Weil ich bin ja immer noch In dieser Zeit drin Weißt du Ich bin abgehauen Hab in Tulum gelebt Acht Monate Wo es Echt krass Bergauf Bergab ging Mann ich hab's ja auch In dem einen oder anderen Livestream auch geteilt Ich hab Eine Frau war schwanger von mir Ich hab Mit Musik angefangen Das war alles in der Zeit Wo ich nach Mexiko gegangen bin So Und Es ist immer noch so Unrealistisch für mich auch so Und ich glaube das liegt auch daran Weil ich halt noch Mitten In der Reise bin Quasi so Ich bin Ich bin auf einer Reise Weißt du wie ich meine Nicht nur äußerlich Also so wie ich rumreise Sondern auch innerlich so Jeden Tag Lerne ich neue Sachen dazu Jeden Tag lerne ich auch Mehr über mich Jeden Tag Kristallisiert sich für mich Auch mehr raus Was ich langfristig Für mein Leben brauche Wo ich langfristig denke Dass ich glücklich sein kann Äh Ja So Keine Ahnung Auch dieser Drang Und dieser Trieb danach Jetzt irgendwie auch mal Zu saddeln So Eine Frau zu finden Bisschen runter zu kommen So Nicht mehr so viel Party zu machen Etc Das hat auch Die Umgebung mit mir gemacht Glaube ich so Weißt du wie ich meine Also ich entwickle mich halt Ich bin in einer krassen Entwicklungsphase Hier Und auch dass ich Einfach so Einfach so Entschieden habe Aufzuhören Zu kiffen Digga Weißt du wie ich meine Ich habe in Deutschland In der letzten Zeit Echt viel geraucht So sehr viel geraucht Und auch hier Durchgezogen Irgendwie so Unzufriedene Menschen gibt Und wie es dich Und wie es dich einschränkt Und wie es dich einschränkt So ne Vielleicht Ich glaube es ist ein Zusammenspiel Aus vielen Dingen so Daten Ich bin in einer krassen Vielen Dank.